Mario Kart 8 Folge 3, die letzte Aufnahme-Session war so nervenaufreibend, dass es mir die Haare weggerissen und das Hemd gewechselt hat. Wir haben einen neuen Tag. Spielen wir weiter, weil das hier ein super Spiel ist und sind natürlich ein bisschen schlauer geworden, wenn wir letztens mal ganz schön viel Scheiße erzählt haben. Du hast uns falsch informiert. Ich habe falsch informiert. Desinformation. Also, diese Münzen sind gar nicht nutzlos, sondern sie erhöhen, wenn man zehn Stück hat, eben die Höchstgeschwindigkeit. Laber nicht und spiel. Ich kann mal das nächste Menü, dann können wir nämlich... Ich kann nichts machen. Achso, ich muss das machen. Ich kann was machen. Ihr müsst jeder einen auswählen. Wahnsinn. Und was jetzt neu ist... Was ist denn das jetzt? Gefällt. Oh, schau mal an. Wir haben neue Flugdinger. Krass. Also, was neu ist, wenn man Plus drückt, sieht man die Karteigenschaften und die Teile, die man auswählt, haben tatsächlich auch Auswirkungen. Moment, das ist nicht neu, das ist für uns neu. Ja, was jetzt für uns neu ist. Beschleunigung. Das ist so geil. Also, nee, das macht gar nichts, was man da nimmt. Ist vollkommen egal. Wir wissen es jetzt ja besser. Das Schlimme ist, jetzt redet euch davor, das wisst ihr mehr, aber es macht eure Niederlage nur noch umso peinlicher, weil ihr halt alles drüber brustet und trotzdem verloren habt. So, ich nehme... Wo ist denn das? Das nehme ich. Oh, können wir jetzt erst mal 20 Minuten hier drin verbringen? Ja. Geil. Das ist das Allgeilste. Ich bin fertig. Ihr seid zwar langsam und langweilig. Danke. Ja. Ich nehme das hier. Ich bin auch bereit. Beförderung. Ich nehme das Bär. Jeder nimmt dieses Hörnchen. Nee, dann will ich das nicht. Fight the Power! Dann nehme ich hier meinen Schirm. So, ich werde dann auch soweit. Da habe ich jetzt so ein komisches zu. So, und was wir beim letzten Mal auch falsch gemacht haben, welchen Cup müssen wir machen? Stern. Stern Cup. Genau. Wieso, was haben wir denn da falsch gemacht? Nee, das haben wir richtig gemacht. Aber was wir beim letzten Mal falsch gemacht haben, einer muss drücken. Grand Prix starten. Einer hat gedrückt. Bei den Sprungschanzen immer aktiv abspringen. Das gibt auch immer so einen kleinen Boost. Genau. Ich habe jetzt ein neues Gamepad und bin wieder irritiert. Gehe davon aus, dass ich verliere. Irgendwas haben wir noch falsch gemacht. Ach ja, genau. Das ist kein Geist, sondern ein Tintenfisch, ihr Idioten. Ah, ja, stimmt. Das habe ich aber die ganze Zeit schon gesagt. Ihr habt das nur nicht gehört, weil ich habe es mehr zu mir gesagt. Was ist denn das für eine Startbahn? Ach ja, und wenn die 2 verschwindet, dann Gas geben. Was für eine 2. Das ist doch Quatsch. Warte mal, Gas ist ja hier nicht der Trigger, sondern die A, oder? Moment, wo bin ich denn? Ach, da unten. Das ist ja irritierend, dass man woanders steht. Was wir auch rausgefunden haben, ist, dass Luigi ein Riesenarschloch ist. Und das werde ich diesen eindrucksvoll unter Beweis stellen. Jawohl. So, die erste Münze. Oh nein, das ist für mich ja das totale Mobbing-Level. Wieso denn? Hier, Flughafen-Einreise. Ja, was soll denn das jetzt schon wieder? Jetzt musst du doch gleich wieder eine Stunde zum Zoll. So. Hast gesehen? Dann machst du einen kleinen Stunt, wenn du abspringst bei der Schanze. Und dann kriegst du immer so einen Boost. Boah, wir wären jetzt voll die Pros. Das ist ja krass. Nein, nein. Das ist krass, das ist geil. Ah, wie du die Münzen verpasst. Stimmt, die Münzen, die bringen jetzt ja was. Und Gas geben. Wuuuuh. Ich mache Position zwei. Ach ja, wenn ihr fliegt, sollte man versuchen, möglichst schnell wieder Bodenkontakt zu kriegen, weil du natürlich langsamer fliegst, als du fährst. Außer du möchtest woanders landen. Auf Jamaika. Aber wer... Nein. Boah, Flugzeug. Jetzt haben wir eine Variation davon schon mal gespielt. Kommt das total bekannt von der Strecke. Das war nämlich gut. Was hittest du denn? Ich bin hier eingebrochen. Nein, nein, ich spiele doch sowas. Du bist doch der Einzige, der eine Wii U zu Hause hat. Ich habe aber meine Controller hier. Da ist doch Platz 1. Was ist da denn los? Wo bin ich hier auf Platz 1? Du bist ja gar nicht unter dem Spielsitzel. Jetzt danke fürs Ablenken. Wer ist denn der Joschi? Das ist Michi. Okay. Oh nein! Die bewegen sich ja. Boah, jetzt geht's ab. Nein, ich finde es gar nicht gut, dass wir das jetzt irgendwie alle können und ich dadurch nicht mehr automatisch bin. Ja, und wir können das alle können, vor allem ich. Ah, da ist alles so eine Banane hier. Ach komm, immer das übersteuern. Ein Außentraum wird wahr. Dass du die gleich erkannt hast. Gabis erste, Sohn Gabis erste Banane. Sohn Gabi im Glück, meine erste Banane. Ah, fast gegen den Pampa gefahren. Das kann doch nicht sein, dass Michi hier irgendwie schon wieder sich hier so einen riesen Vorsprung rausgeschwindelt hat. Das ist doch in Mario Kart absolut bedeutungslos. Pilz. Panzer. Wurscht. Panzerwurscht. Der Wurscht, den wusste er überhaupt. Den haben wir noch nicht gesehen. Boah, ist denn da für ein Wahnsinns-Feed gerade vorbeigekommen. Ach, das war Mario. Schon wieder, hey. Aber, nee, was? Also mit dem Driften, das lasse ich jetzt echt bleiben. Das bringt überhaupt nichts. Macht nur Ärger. Wie nett der Yoshi immer winkt, wenn wir den Stunt mit der Paul Walker auch ausgefunden haben. Was sind wir da schon wieder? Wir haben schon böse Kommentare bekommen. Ja, der eine fand den Schubi-Witz nicht gut, aber er war es nicht mal ein Witz. Da muss man dann schon aufpassen, über was man schimpft. Über uns, ne? Nein, das schieße ich halt den ab. Au! Was ist der Grüne? Wie ich halt auch nie ein sinnvolles Item kriege. Oh, no! Oh, da kriegt man doch nochmal so einen vollen Schub, wenn man da hochspringt. Nicht gegen den Bumper fahren, nicht gegen die... Oh nein, das wird nichts mehr. Schnell noch ein gutes Item. Oh Gott, Platz 6. Was ist denn das für ein Scheiß? Oh, no, 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 na, no. Jaaa! Baby! Ah, der Michi. Wie ist noch das Zweite? Das ist ein versöhnliches Ende. Oh nein! Und das, obwohl wir alle am selben Kenntnisstand jetzt sind. Verdammt! Wenigstens nicht letzter. Kann sein, dass wir alle, unabhängig voneinander, das Motorrad-Kit genommen haben. Ja, stimmt. Wir alle dachten, wir machen jetzt was ganz... Oh, oh, Replace. Peach ist aber auch auf dem Bild schon immer im Motorenauffit. Achten Sie auf Luigi mit B-Zeitflug. Der Luigi-Blick ist der Hammer. Luigi hat aber nichts richtig gemacht in dem Rennen. Ist egal. Der Blick war übrigens auch nicht schlecht. Wie heißt der eigentlich? Wer? Irgendso ein Bauch. Da freut er sich. I, der leckt an dem Vieh. Ja, und lass ihn doch. Das geht nicht doch nichts an. Der leckt das zu Schnurrchen, deswegen ist er schneller. Jetzt müssen wir... Achso, innerhalb des Dings macht es keinen Unterschied. Aber wir müssen nachher wieder in die richtigen Reihenfolge klicken. Wir haben nämlich extra aufgepasst, dass wir so sitzen, wie die Fenster für euch angerordnet sind. Boah, wie cool ist das? Das ist dann leichter, ne? Das ist Plessy. Ne, ist doch nicht Plessy. Boah, was ist das denn? Mureni. Wahnsinn. Also das war eben mit, wenn die 2 verschwindet, war falsch, ich glaube, wenn die 2 auftaucht. Oder wenn die 2... Ich weiß es nicht. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Wie albern, das ist so ein Unterwassermotorrad. Mit Schiffschraube. Ne, auch falsch. Hat jemand einen perfekten Start geschafft? Wie machst du das? Nein, geh weg. Im richtigen Moment Start drücken. Klappe zu. Haut halt ab. Haut halt ab. Nein, dagegen gebombert. Gebombert. Nooo. Ach Gott, scheiße. Was ist denn das? Dann muss man über die Rohre so drüber und dann kriegt man noch so einen Schub. Über rechts wäre es geiler gewesen. Da gab es irgendwie... Nein, mein Power-Up doch nicht. Wow. Okay. Schnell vorbei. Oh Mann, wo bin ich denn hier wieder gelandet? Ah, der Bowser. Wenn ich in die Ruhe rammt, der mich bestimmt voll weg. Geh weg! Ja, ich wusste es. Ich wusste es. So eine Drecksau. Für dich immer noch eher Drecksau. Was, wie geile Stunts die Peach macht. Der Hammer. Na, wenn man das Triften verkackt, verliert man aber so viel Speed. Ja. Oder landet halt in irgendeiner blöden Wand. Ja. Was soll ich sagen? Ja, was war denn das jetzt bitte? So, so. Komm jetzt, glaub ich, wir haben einen Power-Up. Ja, sicher. Der Michi. Und hier. Wow, das war knapp. Das war knapp. True on this. Ne, boah, no, ne. Okay. Boah, wie man halt voll in der Luft nochmal abspringen kann und nochmal ein Turbo kriegt. Ja, wenn man halt da genau mit dem Rohr das macht, oder? Nein! Komm, schau, komm, schau, komm, schau, komm, schau. Ja, der kommt von Herzen. Wow, gerade noch so geschafft. Dabei sah es so gut vorne aus. Boah, Michi ist jetzt so drauf. Komm auf, das ist jetzt echt... Ja, das krieg ich noch, du Sack. Ist schon wieder die dritte Runde? Ne, noch nicht. Scheiße! Au! Aber, mhm, mhm. Sind die Banane reingefahren? Ach ja, genau, jetzt überholen mich halt gerade mal alle. Warum auch nicht? Ja, das ist da vorne, Michi. Vor allem die blöde... Jetzt, wenn ich noch einmal in diese verschissene Wand reinfahre, das gibt's ja nicht. Vor allem... Die, äh, Schranken-Szene ist der Wahnsinn. Ist der Hammer, oder? Das Beste. Oh, das war knapp. Oh, Arsch! Verdammt. Bleib halt hier. Ach, jawohl, immerhin. Wer war das? Keiner von euch. Langweilig. Ach, das kann man aber noch... Wenn ich jetzt wieder da runterfall... Ja, es ist doch... Das ist doch Wahnsinn. Was mach ich denn da falsch? Nein! Nein! Wer ist denn das? Boah. Oh, die Bombe! Boah! Die war perfekt geteilt. Wehe, jetzt kriegt irgendjemand so ein blaues Scheißding. Nein, nein, oh! Dann hau ich jemanden. Michi ja nicht immer noch auf der Eins, oder? Die Sau. So, haut ab, ihr Lichser. Nein! Nein! Nichts! Ja, ja, nein! Ja, nein, nein, nein! Ja! Boah, verdammt. Was war denn da jetzt? Scheiße, so kurz vor Schluss. Jetzt hat dich extra Gas gegeben mit dem Pilz und dann falle ich... Wenn ich mal meinen Hass kontrollieren könnte, nicht alle drei auf dich abschließen. Aber nein. Wenn kurz vor Schluss drei solche Pilze dann kannst du dreimal so einen Speedbonus anmachen. Das ist voll gut. Highlights! Highlights! Sollten dafür Highlights gehen. See me rolling! Guck mal, die hinterlassen sogar so richtige Spur im Sand. Der ist so ein Boss! Unglaublich! Wie aber gut. Das haben wir doch echt absichtlich gemacht, dadurch, dass es ja... Hier, zack und Gas! Und Gas! Und nach den Letzten, jawoll! Mann, das nervt, ey. Ist das schon das letzte Rennen? Ne, vorletzte, oder? Das dritte erst. Oh, Halbzeit, verdammt. Ich wollte auch gewinnen. Halbzeit, verdammt. Ich hab extra vorgenommen, gewinnen. Das ist gut rum. Ab in der Disco. Ab zum Dance-Off. Probier's mal ein bisschen früher Gas zu geben. Nein! Das hab ich doch gedrückt! Ich drück den Trigger! Warum sollte es auch der Trigger sein bei einem Rennspiel? So ein Quatsch! Kopf davon. Voll verdient. Oh, naaaah! Was ist hier los? Oh, was hab ich für ein... Ach, die Münze. Ah! Ah! Oh, wie geil ist denn das? Das ist doch Tron-mäßig, oder? Dass man da so eine Spur zieht. Oh, nein! Nein! Ich dachte, ich hab das Power-up und das war's. Okay, ich glaub, das war's für was. Ich wollt grad sagen, wie am Samstag. Oh, ist das cool! Ach, das war das bisschen scheiße. Das ist ja der Hammer! Wie geil ist denn die Strecke? Wow! Krass! Das ist krass! Das ist geil! Nein! Na, jetzt kommt dieser Kack-Tintengeist! Tintengeist! Tinti! Aber vom Geist wollen wir nicht loslassen, oder? Nein! Das habt ihr jetzt etabliert, das wird jetzt so. So lange bis Nintendo das auch eingehen. Unser geiler Running-Gag. Warum dieses Let's Play hundertmal geiler ist als alle anderen. Oh, nein! Wer hat die Bombe geschmissen? Ja, ich! Und hab mich selber mit abge... Au! Au! No, jetzt bin ich wumpfter! Pupfter! Pupfter! Zwölfter! Na ja, wollen wir mal nicht so sein. Au! Ja genau, ja, ja! Kommt's alle! Ach, das sind ja... Ich hab grad mich gewundert, warum werde ich denn nicht schneller? Aber das waren ja keine Speed-Pony! Oh, nein! Ganz hinten dran, das wird nichts mehr. Na, nicht runterfallen! Oh, Gott, Glückwunsch! Oh, nein! Oh, nein! Oh, wer waren denn das? Wer kommt jetzt wieder mit dem Tinten? Oh, es kommt der blöde Tintengeist. Aber das hilft leider nicht, weil ich... Na, jetzt bin ich wieder hinten, das war ich so gut. Na, so gut ist auch wieder hinten. Verdammt, kann ich wissen. Wieso gewinnt Michi immer? Fritz, kannst du mich immer einen reinhauen? Ah! Der Tintengeist! Was war das für ein Reinhauen? Ja, das war das nette Reinhauen. Das andere kommt erst nach der Sendung. Die ganze Gewaltsache. Und der Mario nervt auch noch. Schneller, schneller, schneller! Was ist das für ein Scheiß? Schneller, nein, nicht... Es darf alles nicht sein. Und der ist Power abgeklaut von Mario, na sicher. An allen Goldmünzen vorbei. Ich kriege halt auch nie irgendwelche Waffen, gell? Ich kriege immer nur so Beschleunigungsquatsch, mit dem ich nicht umgehen kann. Und dann fahre ich auch noch in die Banane rein. Fuck! Ich kriege nie einen Panzer oder den blauen Panzer. Das wird nichts! Oh, nein! Das riecht so gut an. Ach, verdammt! Oh, nein! Oh, Mann! Die sind halt einfach... Ich kann das halt einfach. Oh, die Banane! Ne, genau! Ich seh sie noch und fahr halt genau rein. Ah! Und siebter! Warum auch nicht? Das war aber knapp. Au! Und neunter! Oh, ho, 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 ho! So ein bisschen wie die Karriere von Axel Schulz, oder? Jetzt überholt mich da noch irgendjemand auf dem letzten Meter, oder was? Das war ich. Ich kann doch auf Toilette gehen, oder? Bis ihr da seid. Schreckst du mir, dass ich das nochmal mit dem reinhauen? Einmal nach links? No! Wenigstens nicht letzter. Verdammt! Wer ist jetzt letzter? Schande! Oh! Oh, jetzt hat er zehn Punkte Vorsprung! Fuck! Fuck! Komisch, wie wenig Spaß das Spiel macht, wenn man nicht gewinnt. Ja, das ist richtig. Und wie viel mehr Spaß es mir macht, dass ihr alle gar nix reißt. Und zwar alle... Ja, genau! Oh, hier! Hier hat es gesehen, im Recht. Das ist so gemein. Ja, genau. So, weg. Er kann doch gar kein Motorrad fahren. Er darf vor allem auch gar kein Motorrad fahren. Er macht Meister, er ist ein Dinosaufrieder. Das ist doch voller Quatsch. Das geht doch gar nicht. Ja, das ist doch... Boah! Das ist doch Mayweather. Fragst mich nicht, warum, bitte. Jetzt ist Schorn. Jetzt hab ich auch... So, jetzt mal nicht den Trigger drücken zum Start. Wieder nix. Fuck, wie macht ihr das? Das ist halt irgendwas mit der Zwei. Du halt den Mund. Ich fahr halt immer von Anfang an hinterher. Das ist so ein Scheiß. Ja, genau! Können Sie das vielleicht mal lassen, am Anfang schon die Bananen zu schmeißen? Die Bananen. Das ist so ein bisschen wie das Begrüßungsgeld. Joschi sich gerade gedreht hat, wieder die Zunge rausgestreckt und voll den Bummerang in die Fresse bekommt. Au! Nein, was mach ich denn? Oh, scheiße. Total weit hinten. Oh, au! Boah, es ist etwas rutschig. Geil ist die Strecke. Was? Die Strecke ist total cool. Ja, ja. Nur weil du gewinnst. Ist auch relativ kurz, ne? Au! Ach wie, das war's schon wieder. Au! Danke, danke. Ja, danke. Dann auch noch alle Münzen weg. Super. Ja, genau. Jetzt fliegt gleich das Fett. Ach, das passiert jetzt. Nein! Oh, ich hab gar nicht aufgepasst. Du hast echt verschissen, wenn du hinten bist. Nein, und ich hatte zehn Minuten Vorsprung. Na, ist das alles ein... Wieso fährt denn er jetzt im Fluss? Nö, warum sind wir jetzt ganz woanders? Ich bin schon mal eine Strecke weitergefallen. Was ist denn los? Ah! Und jetzt? Okay. Es kommt hier gar nichts mehr. In zehn Minuten kommt auf euch so ein Waldstruck vor. Gibt's doch den blauen Panzer übrigens mal. Ich will endlich mal wieder meine alte Figur zurückhaben, die ich gefunden habe. Der ist so g-set. Wow! Ah, Knaller. Oh, bam, bam! Guck mal, wir sind noch hier vielleicht ein paar... Bananen verteilen. Den alten Fahranfängerfehler gemacht, den Baum angeschaut. Da fährt man nämlich immer rein. Ops! Sind wir jetzt plötzlich auf Platz fünf? Sag mal, mir kommt es noch überhaupt nicht so vor, als wäre ich einmal im Kreis gefahren. Ist es auch nicht. Das ist eine... Das ist eine Abfahrt. So wie du es magst. So eine... Von A nach B Strecke? Ja. Oh, geil. So was liebe ich ja. Wie habe ich mich da eigentlich gerade so schwarz eingeg... Das war der... Klext. Jetzt finden es geil. Wir hätten das auch gefragt damals. Hier, probieren sie das. Schneller Mädchen, gib doch Gas. Ja, ich kriege halt nur Beschleuniger und nie Waffen. Dann fahre ich in die Bande. Und so beginnt es. Und so beginnt es. Aber eine Superschwecke. Und so beginnt es. Meine Schreckensherrschaft. Meine Schreckensherrschaft. Streckensherrschaft. Oh, das... Das wird doch alles nichts mehr. Sag mal, Iggy heißt meine Figur. Ja. Ach, eh. Das war ein Sternenkapp. Iggy and the Stooges. Voll der Scheiß. Aber voll die Kacke. Ist gar nicht losgekommen. Erstmal Blumen rausholen. der niederländische Art und Weise Probleme zu lösen. Oh. Oh. Oh, mir. Aber ich strafe Volk zugleich. Da freut er sich. So, weg. Zwei Punkte für mich. Das war es schon wieder? Ja. Das heißt... Moment, was war denn die dritte Strecke? Ich zwei, dann ihr jeweils... Du einen, du einen. Keinen. Ich hab's nicht sagen wollen. Das schalten wir jetzt frei. Ich ruhe da auch keinem. Ich prophezei das jetzt einfach mal. Das können wir tausend Jahre spielen und ich werde nie einen Punkt bekommen. Das werden wir auch machen. Das ist eindeutig die Einstellung, mit der man hier groß abrollt. Wir sind nur sechs Punkte hinter Fritz gewesen. Das kriegen wir jetzt. Das bringt auch nichts. Kriegen wir jetzt. Kriegen wir jetzt was Tolles. Neues Fahrzeug. Ja, kannst halt gleich in der nächsten Runde können wir ein neues Fahrzeug auswählen. In der nächsten Folge. Also ich würde euch ja empfehlen, zurück ans Reißbrett zu gehen. Und die ganze Kiste nochmal von vorne zu bauen. Das war's mit dieser Folge. In der nächsten Folge fahren wir den nächsten Cup. Bis dann. Ciao. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.